Brrrr... Auf! Nein, sehe ich das richtig? Ja, er grillt ohne ein Bier in der Hand zu haben. Lass mich alle in Ruhe! Warum? Heiko, er muss das Dorf verlassen. Das wirst du bitter bereuen. Bitte, helfen Sie uns! Nimm es! Niemals! Er braucht Bier! Er braucht Bier! Wir brauchen mehr Patronen! Wie, das langt nicht! Mehr Munition! Kommt, wenn ihr euch traut! Ohne Bier, ausgegrillt, nie im Kino.